Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute möchten wir Ihnen zeigen, was Coop alles unternimmt, damit Sie so ein Päckchen Goldstar- und Orschfilet mehr frisch aus Ihrem Tiefkühler fischen können. Hier auf dem Meer bei Norwegen sind die Schiffe unterwegs zu den grossen Fischgründen. Der Fang wird an Bord mit Eis gekühlt. Dann wird sofort Kurs aufs Land genommen, wo die Fische im Tiefkühlbetrieb entgrätet, filetiert und dann bei minus 40 Grad tiefgekühlt werden. So bleibt die natürliche, frische und der hohe Nährwert des Fisches erhalten. Vom Tiefkühlbetrieb aus sorgt Coop für den schnellen Tiefkühltransport per Schiff und Bahn in Coop-Kühllager. Und von dort bringen spezielle Kühlkamions die Goldstahlprodukte direkt in die Tiefkühler von Ihrem Coopladen. Sie sehen, Coop unternimmt alles, um Ihnen auch die Qualität der Tiefkühlprodukte garantieren zu können. Und im Tiefkühler von Ihrem Coopladen wartet immer ein grosser Fang auf Sie. Diese Woche sind besonders zu empfehlen, die banierten Goldstahl-Torchfilet ohne Grät. Es gibt sie diese Woche besonders günstig zum Coop-Hit-Aktionspreis. Oder hier, die neueste Goldstahl-Tiefkühl-Spezialität, 10 Seehechtfilet im Teig. Erhaltlich in allen grösseren Coopladen. Die müssen Sie unbedingt auch probieren. Wir haben die Goldstahl-Seehechtfilet im Teig gerade einmal versucht. Und es ist ganz einfach Öl in die Pfanne. Und dann die Seehechtfilet noch tiefgefroren in die Pfanne. Und drei Minuten auf beiden Seiten braucht es nur, bis sie so schön goldbraun sind. Und schon fix fertig ohne Grät sind die Seehechtfilet im Teig. Sie sehen, Coop bringt immer wieder neue Spezialitäten für Menüüberraschungen. Und das ohne lange in der Küche zu stehen. Und ich habe hier noch eine erfreuliche Mitteilung für alle Einwohner von Birmesdorf im Züribiet. Morgen am 8.00 Uhr geht das neue Coop-Center auf. Und die Einwohner von Gellafingen können am 9.00 Uhr ebenfalls in einem nagelneuen Coop-Center einkaufen. Sie sehen, Coop sorgt auch in einem kleineren Ort für moderne Einkaufsmöglichkeiten. So, wir danken Ihnen jetzt fürs Zuschauen und geben das Wort weiter in Coop-Platten für die aktuellen Angebote. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Dienstag gibt es beim Coop folgende Hit-Angebote. 270 Gramm Pommechips Natur statt 4,25 nur 2,90. 2 x 1 Liter Erdnoseöl vom Coop statt 37 nur 6 Franken. 1 Tauben Mentadent C oder 1 Tauben Elmex Fluor gibt es für nur 2,25. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. 5 kg Tasche statt 15,90 nur 13,50. 1,6 kg Genie Lavabo statt 8,50 nur 6,50. Und 2 Liter Tedidus für nur 2,90. Alle diese Angebote gibt es ab morgen in alle 1'400 Coop-Läden. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. 2,90. 3,50. 1,90. 1,90.